Gut, dann schauen wir uns einmal die Nummer 2 an. 2a. Man sieht, ich habe vom einem Strahl alle Infos, 6, 10, insgesamt 16, vom anderen Strahl nicht. Das kleine Dreieck wird gesumt zum großen Dreieck, das bedeutet, die Verhältnisse bleiben gleich. Wenn ich also 16 und 10 miteinander vergleiche, dann muss das im selben Verhältnis stehen wie das lange Stück zum kurzen. Also, langes 16, 16 zu 6, 16 zu 6, muss im selben Verhältnis stehen wie 9 plus x zu 9. Ich könnte auch einen anderen Satz aufstellen, zum Beispiel das hintere Stück zum vorderen Stück verhält sich wie das hintere Stück zum vorderen Stück. Dann würde da stehen, 6 zu 10 verhält sich wie 9 zu x. Das ist einfacher zu rechnen als das hier. Über Kreuz multipliziere ich, dann steht da 6x ist gleich 90, geteilt durch 6, x ist dann 90 durch 6, ist 15. Jetzt kann ich hier 15 herschreiben. Was habe ich? Auch wieder nur Informationen zu den beiden Strahlen, nicht zu den Parallelen. Also wieder, erster Strahlensatz, selbes Muster. Hinteres Stück verhält sich zum vorderen Stück wie das hintere zum vorderen. Ich schreibe 5,6, verhält sich zu x wie 6,3 zu dem vorderen Stück. 8,1 minus 6,3 ist 1,8. Wieder über Kreuz multiplizieren, 6,3x ist gleich 5,6 mal 1,8, das wäre 10,08, geteilt durch 6,3. x ist dann 10,08, geteilt durch 6,3. x ist dann 1,6. Ich kann hier oben eintragen, dieses Stück ist 1,6. Bei c haben wir zum ersten Mal keine v-Form vom Strahlensatz, sondern die x-Form. Die ja bekanntlich eigentlich auch eine v-Form ist, man muss sich nur die eine Hälfte gedreht vorstellen und hier drüber gelegt. Gut, was haben wir? Wir haben Informationen von einem Strahl und wir haben Informationen von einem Parallelenstück. 7 verhält sich zu 8 wie 10,5 zu x. 7 verhält sich zu 8 wie 10,5 zu x. Das schreibe ich auf 7 zu 8, das war dieses hier, 10,5 zu x. Es wird wieder über Kreuz multipliziert. 7x ist gleich 10,5 mal 8, ist 84, geteilt durch 7. x wäre dann 12. Man sieht schon, das ist ein Schema, das wird sich bei D, E und F im nächsten Video fortsetzen. 8x ist gleich 10,5 bis 10,5 bis 10,5 bis 11,5 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 bis 11